Musik Musikbett Stegersaal-Düttlitz am 8. Dezember von 06.00 Uhr bis 011.00 Uhr. Mit den Jungen von HKB, Ensemble Proton, Katrin Frauchiger und Katharina Weber, Shelley Hirsch und Simon Ho. Mit Pascal Bellino und Xenazis und Erwin Stachel. Ernesto Molinari, Sarah Ciacco, Tommy Vercetti, Endu Hook und Bernhard Gauter. In. Side. Of. A. Pack. Of. Cigarettes. Someone is smoking it up!